In diesem Video soll es einmal um die fünf größten Fehler von Studenten beim Semester stattgehen und wie du diese vermeiden kannst, um bessere Noten mit weniger Aufwand im kommenden Semester zu schreiben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Arrow-Up-YouTube-Kanal. Ich bin Niklas, ich habe mein Abitur mit 1,0 abgeschlossen, das letzte Semester auch mit einem Einsatzschnitt abschließen können. Und generell auf diesem Kanal dreht sich alles darum, wie du erfolgreich studieren kannst, also einmal bessere Noten mit weniger Aufwand schreibst und dir so Praktika sichern kannst in deinem Studium, damit du danach in eine Top-Firma einsteigen kannst. Ich will auch direkt anfangen mit Fehler Nummer 1, du setzt dir Notenziele. Notenziele zu setzen, an sich erstmal ja nichts Schlechtes. Man hat die letzten Klauseln sich angeschaut, okay, damit war ich zufrieden, damit war ich vielleicht nicht so zufrieden, ich will nächstes Semester auf einen 1,2er-Schnitt kommen oder ich will auf einen 2,2er-Schnitt kommen oder was auch immer dein Ziel ist. Und da gibt es ein sehr allgemeines Problem, was aber generell sehr, sehr viele haben beim Ziele setzen. Und zwar, das ist der Punkt, dass sie sich eher Intentionen setzen und keine richtigen Ziele. Was meine ich damit? Das beste Beispiel sind so die Neujahrsvorsätze. Ich möchte dieses Jahr 10 Kilo zunehmen, ich möchte dieses Jahr 10 Kilo abnehmen, ich möchte keine Schokolade mehr essen, ich möchte mit Fitnesssport anfangen, ich möchte so und so diese Ziele dieses Semester, dieses Jahr erreichen. Und dann setzt man sich Intentionen, fühlt sich dabei gut, das Ganze zu machen, ich habe die Intention, das und das dieses Jahr zu machen. Und dann melden sich alle im Fitnessstudio an, ist komplett überfüllt und drei Wochen später ist schon wieder niemand im Fitnessstudio. Oder dann hat man für drei Wochen lang keine Schokolade mehr gegessen und dann aber nach drei Wochen lächelt einem die Schokolade im Supermarkt doch wieder sehr gut an. Und dann wird man doch wieder rückfällig. Und das ist generell so ein Punkt, wenn man sich nur Intentionen setzt, was man sich vornimmt, dass man einfach, wenn es dann darum geht, das wirklich in der Praxis umzusetzen, dass es oftmals dazu führt, dass dann entweder nicht ganz klar ist, was jetzt überhaupt zu tun ist, oder man einfach dann sagt, okay, ja, eine Ausnahme geht ja mal doch, weil man nicht ganz klar festgemacht hat, was denn jetzt umzusetzen ist. Und das möchte ich dir stattdessen mitgeben. Gib dir nicht einfach vor, ich will einen Eins-Kommaschnitt schreiben, ich will einen Zweikommaschnitt schreiben. Weil, was bedeutet das für dich? Was bedeutet es für dich, auf einen Eins-Kommaschnitt zu bedeuten? Was musst du anders machen in diesem Semester, um einen Eins-Kommaschnitt zu machen, zu schreiben? Das kann zum Beispiel sein, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, ich habe letztes Semester, als Beispiel, ich habe letztes Semester einfach zu spät angefangen mit der Klausurvorbereitung, ist mal so eine ganz einfache Sache. Okay, was bedeutet das? Wann hast du angefangen? Warum war das zu spät? Also geh da mal tiefer rein, warum es letztes Semester nicht geklappt hat und wie du stattdessen in diesem Semester vorgehen musst und was du konkret in der Umsetzung machen musst, damit du dieses Ziel am Ende erreichst. Damit dir klar ist, was der Prozess ist, um an das Ziel zu kommen, weil jedes Ergebnis ist immer nur ein Symptom von einem Verhalten, was du hast. Jedes Ergebnis, was du erreichst, kommt immer nur dadurch, mehr oder weniger beiläufig, weil du dich nach einer bestimmten Art und Weise verhältst. Wenn du jede Vorlesung sehr gut verfolgst, nachbereitest und so weiter und alle Altklosungen gut rechnen kannst, dann dürftest du automatisch klar sein, dass du gute Noten schreibst zum Beispiel. Also jedes Verhalten führt zu einem Ergebnis und deswegen wollen wir uns eher überlegen, was müssen wir denn von unserem Verhalten her ändern, statt uns einfach nur die Intention zu setzen, ich will gute Noten schreiben. Punkt Nummer zwei gehört auch schon gleich dazu, mal das letzte Semester kritisch zu reflektieren. Also, oder ist eben, ist der Fehler, es nicht zu tun, weil wenn du jetzt schon im Studium warst oder wenn du jetzt gerade im Studium startest, kannst du auch das Abitur nehmen, ist zwar nicht ganz so passend, aber kannst du trotzdem nutzen. Was hast du denn gut gemacht? Was musst du auf jeden Fall beibehalten vom letzten Semester oder vom Abitur? Was möchtest du auf jeden Fall beibehalten? Welches Verhalten von dir und welches Verhalten, würdest du sagen, hat er dazu geführt, dass es nicht so geklappt hat, was du dir vorgestellt hast, dass es nicht so funktioniert hat, wie du dachtest, dass du einfach mal wirklich in eine kritische Reflexion reinkommst, woran es denn jetzt lag, dass es letztes Semester nicht so geklappt hat, wie du es wolltest oder wenn es sogar geklappt hat, woran es lag, dass es so gut lief, wenn es in einzelnen Fächern du dein Ziel zum Beispiel erreicht hast. Dass du das mal für dich klar machst und da in eine kritische Reflexion reinkommst, um eben dir keine Intentionen zu setzen fürs nächste Semester, sondern dir ganz klar sagen zu können, okay, was du dein nächstes Semester umsetzen musst. Der dritte Punkt ist, dass man ein neues Semester, ich komme jetzt gerade vielleicht noch aus dem Urlaub, gut gebrannt aus dem Urlaub und dann geht man es erstmal entspannt an. Ich bin zwei Tage vor der Vorlesungszeit jetzt erst wieder angekommen, jetzt komme ich gerade so wieder rein, dass ich hier wieder zu Hause bin und jetzt wieder zur Uni gehen muss und so weiter und dann sitzt du in der Vorlesung und der Professor fängt an, Formel um Formel um Formel dir um die Ohren zu hauen. Gerade auch für die, die aus dem Abitur kommen, wird das am Anfang, die ersten zwei, drei Wochen vielleicht noch relativ entspannt sein, aber dann wird angezogen und es kommt ohne Ende, kommt neuer Stoff. Deswegen ist es ein großer Fehler, das Ganze sehr entspannt angehen zu können. Und ich würde dir auch raten, wenn du Urlaub geplant hast, dass nicht bis auf, also Minimum wirklich eine Woche, anderthalb Wochen vor Semester statt, wieder zu Hause zu sein, dass du da wieder zu Hause angekommen bist, wieder aus dem Urlaubsmodus ein bisschen rausgekommen bist und dich ein wenig auf die Uni einstellen kannst. Sonst wirst du von vornherein ein wenig hinterherfallen und dann wird es sehr schwer, das Ganze wieder aufzuholen. Punkt Nummer vier ist, dass du gar nicht so richtig in die Vorlesung gehst. Dass du sagst, okay, ja jetzt am Anfang, ich schaue das mir erstmal von zu Hause an oder dass du erstmal was anderes machst, aber es ist so wichtig, dass du am Anfang vor allem erstmal in die Vorlesung gehst, um überhaupt zu schauen, ist das, vielleicht findest du dann auch heraus, dass es gar keine sinnvolle Vorlesung für dich ist, weil du es besser zu Hause arbeiten kannst. Aber in der Regel würde ich auf jeden Fall empfehlen, immer in die Vorlesung zu gehen, einfach auch, damit du ein gewisses Commitment hast. Weil der Professor wartet ja nicht, bis jeder im Vorlesungssaal ist, um anzufangen, sondern es gibt einen festen Zeitraum, wo die Vorlesung stattfindet und dass du damit auch eine gewisse Struktur immer in deine Woche reinbekommst, weil du weißt, okay, da muss ich in dem Vorlesungssaal sein. Und das wird dir generell helfen, mehr an das, dass du mehr in diesen Lernmodus wieder reinkommst, wieder in den Uni-Modus reinkommst. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall vor allem für den Anfang empfehlen, geh in jede Vorlesung, geh in jede Veranstaltung, um da auch einfach ein wenig das Commitment zu geben, um wieder in diesen Modus reinzukommen und da nicht hinterher zu fallen. Und der letzte Punkt ist, dass, wenn du jetzt letztes Semester festgestellt hast, hey, okay, ich habe nicht so die Noten geschrieben, die ich eigentlich schreiben wollte und ich habe auch schon viel probiert, dass du einfach genauso lernst oder genauso dasselbe einfach nochmal versuchst, wie du es immer gemacht hast oder dir eine ganz kleine Verbesserung überlegst. Ich bereite jetzt jede Vorlesung für eine Stunde nach in der Woche auf. Das kann schon mal auch einen kleinen Hebel haben, aber wenn du jetzt schon ein paar Semester merkst, okay, du schreibst nicht so die Noten, die du eigentlich schreiben willst oder das hat jetzt schon auch früher im Abitur auch schon nicht so geklappt, dann solltest du mal wissen, dass du grundlegend was an deinem Lernen verändern musst, mal grundlegende neue Perspektive brauchst, wenn du auch mal viel bessere Ergebnisse haben willst. Klar, wenn du sagst, du bist jetzt gerade zufrieden, wie es läuft, dann passt das so. Wenn du aber sagst, du willst eher noch weiter nach oben, aber du kriegst es so richtig alleine nicht hin und du hast vieles schon ausprobiert, dann brauchst du auf jeden Fall mal eine grundlegend neue Art und Weise, wie du lernst, damit du eben auch das Ganze schaffst, ohne die ganze Zeit selber versuchen zu müssen und dann klappt was nicht und dann versaust du dir nochmal die Klausur. Deswegen, wenn du schon so lernst, wie du es schon immer getan hast und du merkst, du hast nicht so die Ergebnisse, die du eigentlich haben willst, dann solltest du schauen, auf jeden Fall auch mal grundlegend was zu verändern. Das also nochmal zusammengefasst, die fünf Punkte sind, setz dir keine Notenziele, also keine Intentionen setzen, was du irgendwie vorhast, sondern setz dir konkret, was du umsetzen möchtest. Punkt Nummer zwei, reflektiere dein Semester kritisch, um zu überlegen, was lief gut und warum lief es gut und was lief nicht so gut und warum lief es nicht so gut, um das für das nächste Semester zu übernehmen oder anzupassen. Punkt Nummer drei, geht das Thema nicht oder das Studium nicht zu entspannt an. Kommen schon ein paar Wochen vor dem Semesterstart, meine ich nicht vor den Klausuren, wieder an aus dem Urlaub, um wieder in den Modus reinzukommen, weil es wird wieder sofort losgehen, dass du von vornherein am Start bist. Punkt Nummer vier, dass du auch von vornherein in die Vorlesung gehst und mal alle Termine mitnimmst, nicht, dass du irgendwie was verpasst und von vornherein mal hinterher fällst, weil das wird dann sehr schwer aufzuholen. Und Punkt Nummer fünf, wenn du unzufrieden warst mit deinen bisherigen Noten, dass du dein ganzes Lernen mal überdenkst und dann mal ein grundlegend neues System dir aneignest. Und wenn du da jetzt mal wissen willst, wie du so ein ganzheitliches System, um mal bessere Noten mit weniger Aufwand, also wirklich mal mit weniger Zeitaufwand und Stress zu schreiben, wenn du mal wissen willst, wie sowas aussehen kann und wie sowas funktionieren kann und du dich fragst, wie soll das denn funktionieren, dann kannst du dich mal gerne unten auf dem ersten Link in der Videobeschreibung eintragen für ein kostenloses Erstgespräch, da kommen wir dann mal ins Gespräch, und du hast die Möglichkeit auf eine intensive Beratungs-Session mit einem unserer Experten, der mal dir Schritt für Schritt darlegt, wie so eine neue Lerntechnik für dich aussehen kann, eine neue Lernstrategie aussieht, mal ein ganzheitliches System aussieht, um eben im nächsten Semester mal sehr gute Noten auch mit wenig Aufwand zu schreiben. Wenn das für dich interessant klingt, erster Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schau auch gerne auf unserem Instagram vorbei, da geben wir täglich Tipps zum Studium, da kannst du uns auch gerne mal eine einzelne Frage stellen, wenn dir was unklar ist. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg im kommenden Semester, gute Noten im nächsten Semester, und dann sehen wir uns in den kommenden Videos. Bis dahin, der Niklas, ciao.